Hallo, Herzlich Willkommen bei Sven's Quickie. Ein tolles, bauchiges Ginglas. Mir gefällt es sehr gut, da passen die Proportionen ganz gut, es liegt wirklich gut in der Hand und es macht halt einfach auch was her. Es ist nicht zu riesig und ja ok, man sollte es jetzt nicht ganz voll machen, weil da passen glaube ich fast 600 Milliliter rein. Das ist ein bisschen zu viel, außer man hat richtig Durst. Denkt es immer dran, trinkt es langsam und mit Bedacht, dann passt es auch. Von daher, wenn es euch gefällt, verlinke ich es euch natürlich in der Beschreibung. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, Dienstag und Freitag 18 Uhr, gibt es wieder etwas auf unserem Kanal zu sehen und wenn es euch gefällt, Abo dalassen, klickt auf die Glocke und dann sehen wir uns wieder. Also, bis dann, führts euch, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.